So, hallo zusammen zu einem neuen Video. In diesem möchte ich den Reverse Split erklären. Was ist das? Warum machen das verschiedene Firmen? Welche Möglichkeiten gibt es, worauf es zu achten? Und zwar möchte ich das am Beispiel von zwei Aktien zeigen, die ich selbst handle und halte. Das ist erstmal Sonnentechnology, S-O-N-M als Ticker und Novan, N-O-V-M. Wir haben in der kürzeren oder längeren Vergangenheit einen Reverse Split durchgeführt mit oder aus unterschiedlichen Gründen. Und möchte ich euch dabei das kurz erklären. Zunächst mal, was ist ein Reverse Split? Es geht darum, die Anzahl der Aktien zu reduzieren und den Aktienpreis, also der Preis der einzelnen Aktie zu erhöhen. Dabei bleibt ganz wichtig, die Marktkapitalisierung ist unternehmensgleich. Also es ändert sich nur der einzelne Preis einer Aktie nach dem Reverse Split eben, aber die Market Cap bleibt identisch. Das bedeutet, wenn ihr von einer Firma, sagen wir mal 100 Aktien in eurem Depot habt und die Firma einen Reverse Split 1 zu 10 durchführt, habt ihr am Ende nur noch 10 Aktien in eurem Depot, die in der Theorie das 10-fache einer vorigen Einzelaktie wert sein sollten. Aber meistens kommt das nicht dazu, weil es eben, sobald die Meldung auch raus ist, zu Abverkäufen kommt. Deswegen sind Reverse Splits generell so ein zweischneidiges Thema, ob man drin bleibt oder nicht. Und auch ein weiterer Grund, warum ihr schlicht die Nachrichten der Firmen, in die ihr investiert habt, abonniert haben solltet oder verschiedene Aggregatorenseiten darüber im Bilde sein solltet, wann was passiert. Zunächst mal, warum macht eine Firma das? Da gibt es verschiedenste Hintergründe. Der beliebteste, vor allem in letzter Zeit, ist, dass die Firma, sobald sie an einem der amerikanischen Handelsplätze gehandelt wird, also im Nasdaq oder im NICE, längerfristig unter einem Euro gehandelt wird. Das war früher die sogenannte Penny-Stock-Grenze. Die wurde zwar mittlerweile von der SEC auf 5 Dollar erhöht, also alles, was unter 5 Dollar traded, wird gemeinhin als Penny-Stock verhandelt. Aber praktisch die beiden Handelsplätze, Nasdaq und NICE, also der New York Stock Exchange, haben nochmal eigene Regeln. Und zwar, wenn eben die Aktie nach Aufforderung und für längere Zeit unter einem Dollar handelt, verfehlt sich die Compliance-Regeln des Handelsplatzes und kriegen dann entsprechende Warnungen. Das kann man dann eventuell nochmal als Firma hinauszögern. Aber je nachdem, wie stark die Aktie unter dem einen Euro ist, wird die Compliance eigentlich nicht mehr hergestellt. Und es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, aber der beliebteste, gerade für kleinere Firmen, ist eben ein Reverse-Split. Üblicherweise ist es dann auch ein 1 zu 10-Split, selten ein höherer, manchmal ein niedrigerer. Und ihr dürft euch das auch nicht so vorstellen, als würde eine Firma das mal eben locker überlegen und das halt mal aus Spaß an der Laune machen. Es gibt da schon relativ harte Regularien dafür. Also sie müssen das einerseits vorher bei der SEC und bei dem Handelsplatz anmelden. Dann werden auch alle Zahlen geprüft. Also sie müssen ihre Zahlen auch nochmal offenlegen und zur Überprüfung geben. Dann muss es meistens auch eine Dreiviertelmehrheit der Aktionäre befürworten. Und ja, noch weitere Schritte, die praktisch zu einem erfolgreichen Reverse-Split notwendig sind. Gehen wir mal kurz auf Sonim ein. Das ist eben das beliebteste Beispiel. Die Aktie handele ich auf Tastyworks in meiner 500-Dollar-Challenge. Habe da eigentlich auch in den letzten Tagen extrem gut Profit rausgenommen, weil sie ein neues Produkt vorgestellt hatten. Habe aber noch eine Kernposition von 20 Shares, glaube ich, gehabt. Also ich hatte weit über 100, habe aber dann in einem Zuge der Challenge eben die verkauft. Und mein Einstiegspreis war, glaube ich, 42 Cent. Ne, 42 Cent. Und wollte eben die 20er-Position noch behalten und zu sehen, was passiert. Dann kam letztlich die Meldung des Reverse-Splits vor zwei Tagen. Und der ist jetzt heute Nacht vollzogen worden. Und wie wir hier praktisch sehen, gibt es auch darauf eigentlich die entsprechende Reaktion. Also wir haben hier einen massiven Drop. Es gab eben den schönen Spike, wo ich einen Großteil meiner Position verkauft habe. Davor haben wir es auch schon mal gehandelt. Da waren wir hier. Also sie war noch mal über einem Dollar. Und TradingView ist jetzt noch nicht aktualisiert. Gestern gab es da noch mal einen kleinen Push. Und ich habe mich entschlossen, in der Position drin zu bleiben. Weil es einerseits eh in der 500er-Challenge ist. Ich habe extrem guten Profit in dem Rahmen mit den Serien-Shares gemacht. Und ich glaube weiterhin an die Firma. Und man weiß nie, was bei dem Reverse-Split passiert. Generell ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, dass man rausgeht, wenn man schnell genug davon erfährt. Allerdings wurde in dem Fall praktisch die Nachricht Dienstagnacht nach Tradingöffnungszeiten bekannt. Und ich zumindest auf Tastyworks konnte da nicht mehr handeln. Das war schon zu spät. Manche Broker können noch länger handeln. Und in der Nacht ist die Aktie dann schon um 30 Prozent gefallen. Und als ich dann erst nachmittags oder vormittags wieder handeln konnte, waren wir irgendwie immer noch bei 35 minus. Und da bin ich ganz ehrlich, da war ich nicht mehr bereit zu verkaufen, weil ich eben an die Fundamentaldaten der Firma glaube. Und nun ja, beim Reverse-Split ist es so, dass nur ein gerader Split stattfindet. Ich hatte dann eben eine ungerade Zahl an Rest-Shares, 25 oder so. Und die fünf Shares wären mir dann ausbezahlt worden. Was natürlich ein Verlust für die fünf Shares gemacht gewesen oder realisiert werden hätte müssen. Und bei meiner Anzahl innerhalb dieser 500-Dollar-Challenge wäre es jetzt ein paar Cent-Verlust gewesen. Aber es geht ja darum, dass man Regeln festlegt. Und wenn ihr da mit 50.000 Dollar drin gewesen wäre, dann wäre es schon Summe gewesen. Von daher habe ich mich gestern entschlossen, bei einem kleinen Jump nochmal auf eine gerade Zahl aufzustocken. Und wie man jetzt eigentlich auch ganz gut sehen kann, hat sich das zumindest aktuell bezahlt gemacht. Also der Split ist in Tastyworks bereits vollzogen worden. Und gerade vermiert die Aktie bei einem Ask-Preis von 3,7939. Und ich habe momentan einen Einstiegspreis von 41. Das wird dann 4,10 Euro. Und bevor gestern der Markt geschlossen wurde, waren wir irgendwo bei 0,34, 0,35. Also es hat sich schon ein bisschen erholt. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die auch wieder weiter nach oben geht. Und wahrscheinlich werde ich mich dann auch wieder einkaufen. Muss aber nicht so sein. Das heißt, wenn ich vor Marktschluss von dem Reverse Split erfahren hätte, wäre ich sehr wahrscheinlich rausgegangen. Aber das hängt eben auch mit den unterschiedlichen Öffnungszeiten der Länder zu tun. Manchmal kann man schlicht nicht reagieren, als in dem Fall ausländischer Investor. Und ja, das ist jetzt praktisch der Compliance-Schritt, der zu einem Reverse Split führt. Einen anderen Weg ist Nova angegangen. Das ist einer meiner Hauptinvestments eigentlich. ist eine Biotech-Firma, mit der ich schon extrem gutes Geld gemacht habe in der Vergangenheit. Und ich kaufe mich da eigentlich regelmäßig wieder ein. Also ich habe eine Kerngröße in meinem Investmentportfolio. Und dann habe ich eine Kerngröße von gewissen Prozenten in meinem Handelsportfolio. Und da verkaufe ich dann immer so 70, 80 Prozent. Dann droppt es irgendwann wieder, weil es noch dauert, bis Nachrichten kommen und so weiter. Ja, also ich habe, wie ihr vielleicht an dem Chart schon seht, ganz gutes Geld mitgemacht. Novan hat im Juni einen Reverse Split bekannt gegeben, und zwar einen 1 zu 6er. In dem Fall war es aber so, ihr könnt es nicht hier sehen, da komme ich gleich zu, dass die Aktie weit von einem Dollar entfernt war. Und die Frage ist, warum wurde da ein Reverse Split durchgeführt? Nach dem Spike, also da habe ich, glaube ich, Geld mitgenommen. Und hier kam dann der Reverse Split. Aktuell handeln wir eben bei 8,60 rum. Und Novan hat den Weg vollzogen, damit wir über 5 Dollar je Aktie kommen. Das wird fälschlicherweise oftmals in der Literatur und auf Reddit und so weiter findet ihr das auch oft als Investorengrenze für Hedgefunds und Großinvestoren einfach gesagt. Aber es ist letztlich keine festgeschriebene Regel. Man liest oftmals, dass es praktisch so eine Investmentregel gibt, dass es verbietet, den Großinvestoren in Aktien unter 5 Dollar zu investieren, also in Penny Stocks. Allerdings stimmt das nicht. Es gibt keine festgeschriebene Regel durch die SEC oder wen auch immer. Wenn überhaupt, gibt es eine gewisse mentale Grenze, weil eben Penny Stocks oder unter 5 Dollar Stocks doch sehr risikobehaftet sind. Und viele Hedgefunds, Großinvestoren da dann davon Abstand nehmen. Viele machen die Grenze auch unter 35 sogar. Und manche investieren tatsächlich erst ab 5. Aber wichtig ist, es gibt keine börsentechnische Regel dafür. Viele entscheiden sich dazu. Und Novan hat dann praktisch die Türen und Toren geöffnet für Großinvestoren. Jetzt könnte man argumentieren, vielleicht gab es davor schon Bespräche, dass praktisch einige Großinvestoren gesagt haben, wir würden ja gerne, aber durch interne Regularien können wir nicht. Also innerhalb des Hedgefonds, nicht durch die SEC. Und danach gab es praktisch einen Einkauf, hat man auch durch SEC-Filings gesehen, dass die Aktie jetzt runtergegangen ist als andere Gründe. Ich bin immer noch weit im Plus. Ich habe die irgendwann mal für 30 Cent die Aktie, glaube ich, gekauft. Also alles gut. Und das ist auch eine Möglichkeit letztlich, dass man praktisch attraktiver für größere Investoren werden möchte. Ist seltener, kann aber in dem Fall vorkommen. Und im Falle von Novan war es tatsächlich so. Worauf ich jetzt nochmal speziell eingehen will, ihr seht den Diversplit hier nicht. Und das ist leider ein Problem bei den meisten Charting-Softwaren. Das heißt, ich glaube, der Split, entweder war er im Mai oder im Juni, müsste ich jetzt... Genau, er war im Mai, das war dieser Drop. Danach gab es praktisch den Spike nach oben. Danach ist es wieder gefallen. Aber hier war praktisch der Split. Hier seht ihr es allerdings. Ihr seht es hier praktisch optisch. Ihr seht es aber nicht am Preis. Also wenn ihr einfach auf den Chart schauen würdet, würde der Preis praktisch hier droppen von 15 Dollar. Was in Wahrheit praktisch ein Dollarpreis bei 3,50 Euro oder sowas war. Und dann ist er eben auf 10 Dollar gedroppt. Ihr seht aber hier keinen Reverse-Split. Und das kann für Aktien, die ihr nicht kennt oder die ihr nicht aktiv verfolgt, durchaus ein Problem sein. Weil ihr nie wisst, wann welche Splits stattgefunden haben, was das eigentlich im Preis ausmacht. Und dabei möchte ich jetzt euch noch zwei Tipps geben, die ich eigentlich immer mache, wenn ich mir zumindest Investment-Aktien aussuche. Meistens auch bei meinen Swing-Ideen. Es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten. Ich habe jetzt einfach die zwei gefunden. Die zeige ich euch jetzt schnell. Wichtig, ich habe mit beiden Webseiten nichts zu tun. Ich zahle auch nicht für die. Ich habe sie einfach gefunden und es funktioniert. Punkt. Und zwar haben wir einmal Stock-Charts. Hier seht ihr auch den gleichen Chart, den wir bei TradingView gesehen haben. Es hat sich genau nichts am Preis geändert. Es gibt einfach zwei Drops. Und es ist im Prinzip hier noch weniger sichtig als ein TradingView, das in Splits stattgefunden hat. Und jetzt gibt es bei stockcharts.com einen Trick. Und zwar, ihr macht ein Underscore vor den Namen und habt jetzt einen realen Chart, der tatsächlich die Preisentwicklung zeigt und nicht den egalisierten, der euch sonst überall unterkommt. Und hier seht ihr, wir haben hier eben bei 1,80 oder was waren wir. Dann gab es den Jump und den Split. Und dann gab es den weiteren Split und den Drop und so weiter. Wir traden jetzt immer noch über den ursprünglichen Split-Preis. Also alles gut. Aber das ist eine Möglichkeit. Ja, also hier seht ihr das. Hier seht ihr auch, wenn sie es im Vorfeld noch gemacht hätten, sehe man das auch noch. Das mache ich eigentlich bei jeder Aktie, die ich mir so unterkomme und von der ich nichts weiß. Und wenn ihr auf tradesignalonline.com Chart gebt, wie gesagt, ich nutze bei beiden Seiten sonst überhaupt nichts. Aber die haben das praktisch auch direkt mit integriert. Also hier seht ihr es auch. Hier seht ihr zwar nicht, dass ein Splits stattgefunden hat. Das wäre jetzt noch ein Verbesserungspotenzial für die Seite. Aber hier seht ihr vom Preis her, dass es hier einen massiven Anstieg gibt. Wir wissen, dass es ein Reverse Split war. Und das sind so zwei Seiten. Wie gesagt, es mag andere Seitenfunktionen geben, wo man es auch sieht. Ich nutze das. Und auch wieder, ich kaufe von denen sonst nichts. Ich nutze die kostenlose Version. Also nicht irgendwo blind draufklicken. Ich möchte das nutzen. Ihr zahlt was dafür, bitte. Wo ich mir praktisch so Gewissheit verschaffe, ob es da irgendwas in der Vergangenheit gegeben hat. Ich werde wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zukunft nochmal ein Video zum Split machen. Also dem genauen Entgegengesetzten. Also das aus einer Aktie, die ihr besitzt, mehrere werden. Und dann vielleicht auch noch was zu Penny Stocks allgemein. Wäre vielleicht nicht schlecht. Auch noch wichtig, ich habe ja am Anfang gesagt, ein Reverse Split bedeutet keine Marktkapitalisierungsveränderungen. Also am Unternehmenswert ändert sich nichts. Es kann aber sehr leicht passieren, da ja das Unternehmen mit dem Reverse Split die Anzahl der Aktien insgesamt verringert, dass sie danach ein Offering machen. Das heißt, dass sie danach neue Aktien ausgeben zu einem bestimmten Preis. der natürlich jetzt höher ist, weil wir einen Reverse-Split in der Saison haben. Und das ist ganz gerne eine Möglichkeit, zusätzliches Kapital einzubringen. Das heißt, generell bei einem Reverse-Split einfach aufpassen und genau die Neuigkeiten beobachten. Beides muss mit einem gewissen Vorlauf bekannt gegeben werden. Also es passiert jetzt nicht über Nacht ohne jegliche News-Meldung, dass sowohl ein Offering als auch also die eigentlichen Daten des Offerings, sowohl ein Reverse-Split als auch ein Offering passiert. Die Reaktionen von den Marktteilnehmern passieren natürlich direkt danach. Das ist leider so. Gut. Ich hoffe, das Video hilft euch ein bisschen, hat euch ein bisschen weitergebracht. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, gerne kommentieren, abonniert, liked und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank. Ciao, ciao. Und die ganze sagt auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. 3